Von Nahem betrachtet wirkte die blonde Schönheit, die bereits gestern meine Fantasie beflügelt hatte, noch atemberaubender als zuvor. Jetzt konnte ich erkennen, dass die Farbe ihres Haars in Wirklichkeit von einem zarten Rotstich durchwirkt war, kein wirkliches Rot mehr eine sanfte Andeutung von Kupfer. Ich war ohne vorherige Anmeldung in die Galerie gekommen, hatte mich umgeschaut und die ausgestellten Exponate mit respektvoller Distance betrachtet. Mit einem beiläufigen Nicken hatte ich sie begrüßt, als ich eintrat, mehr nicht. Wie es schien, waren wir allein in den Räumen. Diskret war sie an ihrem Tisch sitzen geblieben, aber ich spürte ihre Aufmerksamkeit, obwohl ich ihr den Rücken zugewandt hatte. Der kurze Moment des Blickkontakts hatte ausgereicht, sie war von makelloser Schönheit, ein Engelsgesicht geformt, um zu betören. Der Mund sinnlich geschwungen, die Nase nicht zu spitz, der blasse Teint jugendlich ohne eine einzige Falte. Dazu dunkle, blaue Augen, suchend in steter Bewegung, umrahmt von einem Hauch hellen Lidschattens, der den Kontrast sanft betonte und gleichsam unwirklich erscheinen ließ. Aus unsichtbaren Lautsprechern schwebte dezentes Klavierspiel durch den Raum. Irgendwann stand sie neben mir, größer als ich angenommen hatte, zumindest brauchte sie keine hochhackigen Schuhe für die gemeinsame Augenhöhe. Ich verbarg meine Überraschung, wie nah sie mir gekommen war. Kein »Wie kann ich Ihnen helfen?« oder das abgegriffene Zweideutige »Kann ich etwas für Sie tun?« Nur ein charmanter, fast koketter Augenaufschlag, unschuldversprechend, verführerisch ohnegleichen. Sie war sich ihrer Wirkung bewusst, das stand fest. Für einen Moment war ich versucht, meinen Blick an ihrem Körper hinabgleiten zu lassen, verbot es mir aber. Ich hatte bereits genug mitbekommen, der Hals etwas zu lang und gestreckt aus der weißen Bluse aufragend, zerbrechlich schlank wie ihre gesamte Statur, flachbrüstig und filigran, nicht mager. Ich versagte mir das weitere Taxieren und klammerte mich an ihre Augenbrauen. Nur eine Andeutung von rötlichem Schimmer, der ihrer Augenpartie zur Stirn begrenzte. Ein zaghaftes Lächeln nahezu, der Blick wie eine Einladung. Ich ließ ihn einen Moment auf mich wirken, regungslos, unbeeindruckt, soweit das möglich war, wartete mit den ersten Worten, die diesen vertraulichen Augenblick zerstören würden. »Ich hätte gerne Frau Frank.« Sie meinen sicher Frau Melchior. Die Stimme passte zu ihrer Erscheinung. Glas klar und sanft, ohne jede Schärfe. Ihre Zähne blitzten kurz auf. Sie hob den Kopf ein wenig in den Nacken, als wolle sie ein Doppelkinn kaschieren. Es wirkte einstudiert, genau wie das gespielte Erstaunen, dem ein wissendes Lächeln folgte. »Sie müssen Peter Baumann sein. Man sagte mir, ich würde sie sofort erkennen.« Das Klavierspiel erfüllte den Raum. Ich sah, wie sich ihre Brust bei jedem Atemzug hob und senkte. Wie hatte Annelies mich beschreiben können, nach all den Jahren? Ich hatte nicht einmal ein Foto geschickt. Woran erkennen? Als ob mein Interesse nicht schon geweckt gewesen wäre, fixierte ich sie fragend und tastete mich vorsichtig aus dem Tal der Sprachlosigkeit zurück auf den Boden belangloser Neugierde. »Weil nur ich nach Frau Frank und nicht nach Frau Melchior fragen würde?« Um ihre Mundwinkel zeichneten sich schelmenhaft lächelnde Grübchen ab. »Nein, mir wurde gesagt, sie seien unvergleichlich.« »Schmeichlerische Koketterie. Wäre sie nicht so zauberhaft betörend gewesen, die Verlockung schlechthin, in die ich längst vernarrt war? Der Anstand hätte mich bremsen müssen, aber ich konnte mir den krönenden Akzent dieser Versuchung nicht verkneifen. Und dem werde ich gerecht?« Es kam zu keiner Antwort mehr, denn ihre Aufmerksamkeit galt plötzlich der Tür, die sich im hinteren Teil der Präsentationsräume öffnete. Dann steuerte Annelies mit wedelnden Armen schnellen Schrittes auf uns zu, was ich bedauerte, denn die unfreiwillig spannungsgeladene Plänkelei zwischen der charmanten Fee und mir war unwiederbringlich beendet und sehr wahrscheinlich würde ich nie erfahren, welche Attribute mich enttarnt hatten. Andererseits verkörperte Annelies, wie sie auf mich zuhielt, den willkommensten Anlass eines personifizierten Flirtus Interruptus, den ich mir vorstellen konnte. Schwarz war immer noch ihre Farbe. Sie trug ein dunkles Damastkleid im Tunikaschnitt, das über den Knien endete. Ich erschrak nur kurz, als ich ihre viel zu dünnen Beine sah, die aus flachen Schaftstiefeln herausragten. Dann erinnerte ich mich, dass sie auch früher schon so schlank gewesen waren, senig, muskulös, wie bei einer Leichtathletin, genau wie ihre spitzen Knie. Über dem Kleid trug sie eine grob gehäkelte Jacke im Stiel eines Ponchos, einer Stola gleich, sehr figurbetont und durch die großen Maschen so transparent, dass ich gar nicht anders konnte, als sie mir darunter nackt vorzustellen. Sie hatte sich so wenig verändert, war immer noch die androgyne Göttin, daran änderten auch ihre weißen Haare nichts. Als sie mich umarmte, weiteten sich meine Bronchien und ich spürte meinen Herzschlag. Sie wagte es nicht, mich auf den Mund zu küssen. Hatte ich das erwartet? Was hatte ich erwartet? Stürmische Leidenschaft? Ich war narkotisiert von ihrem Duft. Immer noch Fendi, der Name ihres Lieblingsparfums, fiel mir gerade noch rechtzeitig ein. Immer noch, wie schön, dass du dich erinnerst. In ihren Augen schimmerte es feucht, die Sommersprossen waren noch da, die schmale, leicht nach vorn geschobene Oberlippe, genauso wie die markanten Falten zwischen Nasenflügel und Wangen, wenn sie lachte. Wo fangen wir an? Ihre Stimme zitterte. Ich bin seit zwei Tagen in der Stadt. Wie viele Jahre ist es her? Fast 24. 23 Jahre und 214 Tage. Hast du Buch geführt? Sieht so aus. Sie hielt meine Hände immer noch, machte keine Anstalten, sie loszulassen. Du hast dich kaum verändert. Was auf dich auch zutrifft. In der Tat hast du mich so gut beschrieben, dass ich, kaum war ich eingetreten, erkannt wurde. Annelies lächelte und ihre Oberlippe bog sich zu dem Schwung, der aus dieser Gesichtspartie die Nase eines Haifischs formte, was man aber nur sah, wenn man ihr Gesicht verkehrt herum betrachtete, wie ich es früher getan hatte, wenn sie sich auf dem Sofa ausgestreckt zu mir geregelt hatte. Ein Film, der vor meinen Augen ablief. Ihre Unterlippe war viel voller, reichte aber nicht bis zu den Mundwinkeln. Zusammen mit ihrem markanteckigen Kinn glich dieses Lächeln dem frechen Habitus einer amüsiert trotzigen Göre. Wie wäre es zur Begrüßung mit einem kleinen Streifzug durch unsere Stadt? Mila, kommst du alleine klar? Ich habe das Handy dabei, falls sich der aufdringliche Wüstensohn wieder blicken lassen sollte. Deine Stadt lag es mir auf der Zunge. Natürlich willigte ich ein. Mir war es egal, wo wir uns nah waren. Mila war also ihr Name. Ein Lächeln noch zum Abschied. Ich folgte Annelies zum Hinterausgang. Bist du mit dem Flieger gekommen? Jetzt, wo sie vor mir herging, kam die Erinnerung an ihre Körperlichkeit vehement zurück. Die breiten Schultern, der für ihre schlanke Erscheinung etwas zu kräftige Hals. Gott bewahre, ich fliege nicht gerne. Ich erwähnte nicht, dass ich noch nie geflogen war. Die Aschewolke aus Island hat den gesamten Flugverkehr zum Erliegen gebracht. Hast du es nicht gehört? Nein, ich bin Bahnfahrer, wenn ich überhaupt aus meinem bescheidenen Refugium herauskomme. Erzähl mir von dir. Ich habe ja nur deine Anschrift. Sonst weiß ich nichts. Ich habe es mir auf einer Karte angeschaut, wohin ich meine Briefe schicke. Es sieht auf den ersten Blick sehr karg aus, aber es muss eine beeindruckende Landschaft sein, direkt an der Küste. Deine Briefe waren knapp, höflich ausgedrückt. Und es muss etwas geben, das dich dort hält. Lebst du allein? Sie fiel also gleich mit der Tür ins Haus, typisch Annelies. Ja, es findet sich niemand, den ich ertrage. Sie schaute lachend über die Schulter und sah schöner aus als je zuvor. Aber nicht die ganze Zeit. Seit wir uns, seit unserer Trennung? Natürlich nicht. Was sollte ich ihr erzählen? Von Stefan, dem ersten Mann nach Theo? Von Veronique, mit der ich über ein Jahr zusammengelebt hatte? Wir waren gereist, hatten den Kosmos der Unabhängigkeit bis in die entlegensten Winkel von Frankreich durchlebt. Von Jacques, der mich nun schon seit vier Jahren bezirzte? Nein, ich hatte kein Bedürfnis auf eine schwule Beziehung, die nach vorhersehbarer Zeit wieder promiskuitiven Neigungen zum Opfer fallen würde. Diese Karussellfahrt kannte ich nur zu gut. Jacques war mein Kompagnon, mein Geschäftspartner. Mehr sollte, mehr durfte nicht sein. Aber diese Erkenntnis zu vermitteln, war ich nicht gekommen und Annelies war nicht die Person, die meine Empfindungen und partnerschaftlichen Bedürfnisse im richtigen Kontext hätte verstehen können. Dafür war sie doch viel zu weiblich, zu klammernd. Ich hatte mich stets von sequentiellen Gefühlen treiben lassen, die jegliche Endgültigkeit ausschlossen. Sie nicht. Im Existenzialismus waren wir einander abhandengekommen und das, wo wir doch mit Sartre, Camus und der Beauvoir erst zueinander gefunden hatten. Nächtelang hatten wir uns bei Kerzenschein aus Ekel, Les Chiments de la Liberté, Les Malentendus und dem Mythos vorgelesen, diskutiert, zugestimmt. Und doch gehörte Annelies zum Dysiem Sex. Wenn man so wollte, dann waren wir tatsächlich wie Jean-Paul und Simone gewesen. Die Erkenntnis war da, aber das Leben brachte Situationen mit sich, die wir in der Theorie nicht berücksichtigt hatten, die nicht eingeplant gewesen waren, weil wir sie nicht gekannt hatten. Es gab sie eben doch, die Essenz der Weiblichkeit, und die hatte ein klammerndes Naturell. Zwar stets verzeihend, doch immer auf einen neuen Anfang hin ausgerichtet, den Neubeginn, der eben nicht neu war, die zweite Chance, die dennoch nicht von der Hoffnung auf Ewigkeit lassen konnte. Ich hingegen konnte gar nicht anders, als all das zu lieben und zu begehren, was ich als sinnliche Herausforderung verstand. Durchaus von heute auf morgen wechselnd, aber ist nie gegeneinander abwägend, sondern summierend. Ich war gewiss in der Lage, mehrere Menschen zur gleichen Zeit zu lieben, wenn auch nicht gleichzeitig. Das verbot mir weniger die Vorstellungskraft als mein mangelndes Konzentrationsvermögen. Gelegenheiten dazu hatte es genug gegeben, und trotz des eigenwilligen Reizes, den es auf mich ausübte, hatte ich diese Grenze nie überschritten. Ich schöpfte meine Kraft aus dem zweisamen Miteinander, dessen Körperlichkeit dann auch in Formen meiner Plastiken Ausdruck fand. Und diese Schaffenskraft war in den letzten fünf Jahren versiegt. Wie es den Anschein hatte, war ich in eine Sackgasse geraten. Ich freue mich so, dass du wirklich gekommen bist. Bis zuletzt hatte ich meine Zweifel. Wir stiegen in einen alten Mini-Cooper, der in einer schmalen Seitengasse geparkt stand. Das Auto passte zu Annelies und die Handgriffe waren einstudiert. Handtasche und feminines Gerümpel vom Beifahrersitz landeten rigoros auf der Rückbank. Schiebedach auf, den Parfumflakon verstaute sie nach einer Gedenksekunde unbenutzt im Handschuhfach, das Handy in einer Halterung am Armaturenbrett. Dann das Radio aus, was ich bedauerte, denn mit dem Anlassen des Motors ertönte gleichzeitig wie bestellt Brells Stimme mit «Ne me quitte pas», als ob das Lied auf mich gewartet hätte. Ich konnte nicht anders, als dem Erloschenen «Das tout peu soublier qui s'enfuie déjà» der ersten Strophe hinterherzusummen. Ich merkte, wie Annelies trocken schluckte. Sie gab sich Mühe, ihre Ergriffenheit zu verbergen und konzentrierte sich aufs Ausparken, wobei sie mir für einen Moment das Lächeln der Rückschau schenkte. «Machen wir erst mal eine Rundfahrt durch die City. Es hat sich so viel verändert, du wirst es kaum wiedererkennen.» Ihr Fahrstuhl, ihr Fahrstil beeindruckte mich. Französisch forsch. Diese resolute Seite hatte ich an ihr nie kennengelernt. Eigentlich ist alles neu, wie recht sie hatte. Wenn ich meinen Blick von ihr abwendete, sah ich hauptsächlich Unbekanntes. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr Vorhaben war leicht zu durchschauen. Sie steuerte die Orte an, die sie mit mir in Verbindung brachte, wo wir unsere Zeitgenossen uns geliebt hatten. Ich konnte fast voraussagen, welches Ziel sie als nächstes im Auge hatte. Malst du noch? Gelegentlich? Nein, doch eigentlich schon. Ich habe mir ein kleines Atelier eingerichtet. Platz habe ich ja ohne Ende. Vielleicht ist es Wahnsinn, dass ich immer noch in der Villa wohne. Ich hänge nicht wirklich daran, auch wenn die Lage genial ist. Sogar einen kleinen Bootsteg zum Fluss gibt es im Garten. Du wirst ja sehen. Klingt danach, als ob du es geschafft hättest. Geschafft? Ja, ich bin geschafft. So wie du aussiehst, solltest du umschwärmt sein wie eine Sonnenblume. Nicht zu viele Komplimente, auch wenn ich mich nur schwer zurückhalten konnte. Sie hungerte danach. Danke, aber ich habe scheinbar kein Glück mit Männern. Der erste läuft mir weg, der zweite ist schwul und Nummer drei erliegt nach kurzer Zeit einem Herzinfarkt. Ich sollte die Finger davonlassen. Der erste ist gerade zurückgekehrt. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Gekauft, würde ich sagen. Ich habe den Scheck noch nicht eingelöst, bis mir klar ist, was du für sechs Millionen erwartest. Nichts oder alles. Darüber sollten wir reden. Sollten wir das wirklich? Nein, es steht dir zu. Theo hat es so gewollt. Das hättest du mir auch schreiben können. Dann wärst du aber nicht gekommen. Wahrscheinlich hatte sie recht. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? So wie es für mich aussieht, benötigst du kein Geld. Warum also hast du dem Brancusi verkauft? Ganz einfach. Im Februar ist ein Giacometti für über 70 Millionen weggegangen. Ich habe davon gelesen. Nur ein schlagsiges Wedeln mit den Armen. Ganz die Geschäftsfrau. Da wolltest du es wissen, oder? Ich hatte ja zwei. Wobei der Giacometti sicherlich mit entsprechenden Expertisen den Besitzer gewechselt hat. Und Theo hatte bis auf seine Geschichte zur Herkunft der Brancusis keine Provenienzen. Ich musste herausfinden, was sie wusste. Ob Theo es ihr gesagt hatte. Das wurde natürlich alles geprüft. Es gab nicht den geringsten Zweifel. Und sechs Millionen sind doch auch nicht schlecht. Oder? Heifeschnase. Ein kurzer Blick zur Uhr. Es kommt übrigens überhaupt nicht in Frage, dass du weiterhin in einem Hotel wohnst. Ab morgen, eine prüfende Ausschau, mehr fordernd als fragend, würde ich es begrüßen, wenn du bei uns wohnst. Ich habe mehr Zimmer, als ich nutzen kann. Ich fragte mich, wen sie mit uns meinte. Und war ihr gleichzeitig dankbar, dass sie mir noch eine Nacht alleine im Hotel ließ.